Chinas Millionärstöchter auf Shopping-Tour in Deutschland. Keine andere Nation gibt so viel Geld für Luxus aus. China hat nun mal mittlerweile die meisten Millionäre der Welt und die Zahl der Milliardäre wird immer größer. Unterwegs mit drei Chinesinnen, die eines gemeinsam haben. Super reiche Eltern. Meine Eltern haben in Shanghai verschiedene Textilfabriken. Meine Eltern sind Multimillionäre und dafür muss ich mich nicht schämen. Eine Lebe ohne Luxus ist schwer. Kann ich mich nicht vorstellen. Von der Hauptstadt Berlin bis zum Kurort an der Ahr. Alle buhlen zurzeit um Gäste aus China. Die deutschen Städte haben den Wettbewerb um die chinesischen Touristen auf jeden Fall eröffnet. Bad 9a in Rheinland-Pfalz. Die Kurstadt hat gerade ihr altes Badehaus renoviert. Mit Beauty-Programmen will man hier eine spezielle Klientel anlocken. Reiche Chinesen. Leiterin Christina Lübcken erwartet einen besonderen Gast. Heute reist Angel Hu an. Ich weiß, ihre Eltern sind Multimillionäre. Sie kommt aus Shanghai. Frau Hu ist erst 24, kommt als Anti-Aging-Kunde zu uns. Und da bin ich natürlich schon etwas nervös. Weil wenn die Eltern bezahlen, dann muss man ja zwei Zielgruppen glücklich machen. Die Aufregung kommt nicht von ungefähr. Schließlich geht es um richtig viel Geld. Die Programme fangen an mit einer Woche von Shanghai aus. Da muss man ungefähr mit 60.000 Euro rechnen. Da Dolmetscher, VIP-Service, Chauffeur-Service, alles mit dabei ist. Oh, jetzt kommen die Chinesen. Millionärstochter Angel Hu ist mit einer Freundin angereist. Oh nein, es regnet. Die Thermalbad-Chefin hat für die Begrüßung extra ein paar Brocken Chinesisch gelernt. Der Rest geht auf Englisch. Für Angel ist das kein Problem. Sie hat in den USA Wirtschaft studiert. Endlich sind wir da. Tolle Aussicht hier. Aber der Regen nervt. Zwölf Stunden im Flugzeug eingepfercht in einen engen Sitz, danach noch zwei Stunden Fahrt vom Flughafen hierher. Klar will ich jetzt etwas Spannendes sehen und erleben. Hier scheint ja nicht viel los zu sein. Da kann man wenigstens gut entspannen. Entspannung ist hier ein Fremdwort. 100 Meter entfernt, im Laden von Modeschöpfer Alfredo Pauli. Der Luxushändler räumt seinen Safe leer. Dieser sündhaft teure Schmuck soll ins Thermalbadehaus gegenüber. Dort hat Pauli gerade einen neuen Laden eingerichtet. Morgen soll die Eröffnung sein. Alles klar. So, dann bringen wir das jetzt erstmal rüber. Doch was er in seinen Händen trägt, ist nur der Vorgeschmack auf viel mehr. Das ist schon Schmuck für rund eine halbe Million, die ich jetzt hier habe. Die megateuren Schmuckteile, die werden am Nachmittag mit einem Sicherheitstransport gebracht. Denn ich habe ja speziell für dieses chinesische Publikum ganz, ganz aufwendige Schmuckteile arbeiten lassen. Weil das sind Leute, die es einfach gewöhnt sind, dass nicht gekleckert, sondern geklotzt wird. Und da kann es nicht teuer genug sein. Ich habe also Colliers, wo ein einzelnes Collier bis zu einer Million kostet. Die Erwartungen sind hoch. Nicht ohne Grund. Im EREX-Institut in Berlin werden Chinas Politik und Wirtschaft von unabhängigen Experten beobachtet. Marie Hoffmanns Studie über das Reiseverhalten der Chinesen klingt vielversprechend. Es gibt immer mehr superreiche Chinesen und die reisen immer mehr und immer weiter ins Ausland, zum Beispiel nach Europa. Der chinesische Tourist gibt am Tag in Deutschland durchschnittlich 700 Euro allein für Einkäufe aus. Das ist ein Durchschnittswert, die 700 Euro. Ein superreicher Chinese gibt natürlich ein Vielfaches dessen aus. Und dieser Trend hält an. Chinesen auf Shoppingtour in Deutschland. Für Gastronomie und Einzelhandel eine bedeutende Wirtschaftskraft. Und immer mehr Chinesen entscheiden sich sogar, ganz hier zu bleiben. Eine von ihnen ist Hong-Bok. Vor neun Jahren heiratete sie einen Deutschen und zog nach Berlin. Die 38-Jährige hat in Shanghai Wirtschaft studiert und stammt aus der chinesischen Oberschicht. Mein Vater ist ein berühmter Filmregister in China. Und er hat der letzte Film 1,5 Milliarden Zuschauer gebracht. Er hat mich gelehrt, erfolgreich zu sein und ehrgeizig zu sein. Mit diesen typisch chinesischen Eigenschaften betreibt Hong-Bok inzwischen einen florierenden Schmuckhandel. Ich design das und dann verkaufe ich ihr Internet. Was sind das für Ketten? Das sind süße Wasserperlen, barocke Kette. Und jetzt ist das sehr, sehr aktuell. Luxus und Status, das sind zwei Werte, die für Hong in der Heimat von klein auf immer eine große Rolle gespielt haben. Der Chinese, die steht auf einem guten Elternhaus, sehr wichtig. Also meine Mama hat gesagt, eine Frau kann noch hässlich sein, wenn er gut enthäustet, immer vergeben, sehr schnell. Besonders stolz ist Hong auf ihr Patenkind Cindy. Die hat gerade erfolgreich die Schule abgeschlossen. Dafür soll sie heute belohnt werden. Weil sie Abitur bestand, ich will sie einen schönen Tag verbringen. Und was sie, ein schönes Kaufen, beginnrechtlich leben. Ein gemeinsames Luxusshopping in Berlin. Als Belohnung fürs Patenkind. Da lässt sich die Glamour-Frau nicht lumpen. Ich habe Limit gesetzt, maximal bis zu 10.000 Euro. Das ist eine Menge Geld. Ja, aber ich bin am Anfang stand, ich bin bereit, das zu bezahlen. Als Einstiegsüberraschung hat Hong eine 10 Meter lange Stretchlimousine mit Fahrer gebucht. Die beiden Frauen wollen schließlich standesgemäß durch Berlin reisen. Entsprechend glamourös sind auch Cindys Zukunftspläne. Schön. Meine Eltern haben in Shanghai verschiedene Textilfabriken. Und ich selber möchte gerne auch Modedesign studieren und dann ein Modeimperium erschaffen. Ja, das ist mein Ziel. Ein Gläschen auf das Modeimperium. Schönen Tag und einem schönen Leben begegnen. Zu einem guten Leben gehört auch Champagner, gehört auch schöne Kleider und Schmuck und Schuhe, Tasche und A bis Z. Das muss alles stimmen. Ich bin ja mit diesem Luxus sozusagen aufgewachsen. Meine Eltern haben mir schon von klein auf beigebracht, so gepflegt zu sein, elegant zu sein, die Manieren. Und ja, das ist mir schon sehr wichtig. Über Berlins Prachtboulevard, den Kurfürstendamm, geht es direkt zu Europas exklusivste Adresse in Sachen schöne Zähne. Diese futuristische Brücke eines Star-Architekten führt die 19-jährige Cindy an einen Ort, vor dem sich viele andere fürchten. Auf den Stuhl des Zahnarztes. Doch ein Bleaching gilt unter Cindys Landsleuten als besonders hip. Die Chinesen sind in der Tat anspruchsvoll. Das ist kein ganz einfaches Klientel, aber es ist tatsächlich ein Trend, dass die Patienten immer jünger werden, die ein Bleaching möchten. Das Bleaching kostet 590 Euro. Das ist inklusive einer Vorbehandlung und einer anschließenden Nachbehandlung gegen Empfindlichkeiten. In Bad 9a überlegen Angel und Lin unterdessen, welcher Kleidungsstil wohl am besten hierher passen könnte. An hochkarätiger Auswahl mangelt es wahrlich nicht. Meine Philosophie lautet, das Leben genießen mit ausgefallenen, luxuriösen Dingen. Klar braucht man dafür Geld, aber eigentlich spielt Geld für mich keine Rolle. Modenschau auf Chinesisch. Bei so viel Designerkleidung fällt die Entscheidung sichtlich schwer. In der Jacke siehst du 10 Jahre jünger aus. Die orangefarbene Tasche von Hermes kommt aus Frankreich. Was hat die gekostet? Ich meine irgendwas um die 8000 Euro. Coco Chanel und Prada sind meine Lieblingsmarken. Die Dior-Schuhe hier haben so um die 3000 Euro gekostet. Wie viel Geld haben Sie dabei? Das ist ein Geheimnis. Das werde ich Ihnen bestimmt nicht verraten. Aber eine ganze Menge. China-Expertin Marie Hoffmann weiß, wie wichtig Chinesen Statussymbole sind. Das hat einen besonderen Grund. Die Chinesen sind ja seit Jahren vertraut mit Produktfälschungen. Ein reicher Chinese kauft also keine Fälschung, sondern wird natürlich ein Original kaufen und ist dafür auch bereit, mehrere tausend Euro auszugeben. Genau deshalb hat auch Luxushändler Alfredo Pauli diese Zielgruppe im Visier. Und er bereitet sich gezielt auf sie vor. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese reichen chinesischen Töchter wirklich Europa erobern. Wir hatten ja im Grunde genommen drei Wellen. Das war zum ersten die japanische Welle, die so vor 20 Jahren über Europa geschwappt ist. Davon haben Paris, Louis Vuitton mehr oder weniger ihre Läden halten können. Dann kam die Welle der reichen Russen. Die Russen sind jetzt dank Rubelkrise und so weiter verarmt, muss man schon fast sagen. Und jetzt kommen eben die reichen Chinesen. Und das ist für uns noch viel interessanter und spannender, weil da reden wir von Millionen und Milliarden von Menschen. Thermalbad-Chefin Christina Lübcken weicht ihrem schwerreichen Gast derweil nicht von der Seite. Die 24-jährige Angel ist auf dem Weg zu ihrer ersten Beauty-Behandlung auf deutschem Boden. Und genau da wäre sie auch fast gelandet. Schönheit zählt für uns zu den wichtigsten Dingen überhaupt. Und für Schönheit muss man bekanntlich leiden. Etwas Champagner soll die bevorstehende Prozedur angenehmer gestalten. Für die Kundschaft aus Fernost lässt man sich einiges einfallen. Die Behandlung beinhaltet verschiedene Gele, verschiedene Masken mit Kaviar- und Goldanteilen. Und passend zu dieser Behandlung bieten wir dann den Champagner mit Goldflocken an. Ach du meine Güte, was passiert denn mit dir? Wird das eine Schönheitsoperation? Die Chinesinnen, die lassen viel über sich ergehen, damit ihre Haut schöner aussieht anschließend. Das heißt, bei hochprozentigen Säuren oder Abschleifungen, da kann man richtig bis an die Grenzen gehen, ohne dass sie sich rühren oder jammern. Da sind die europäischen Damen schon anders. Mit herkömmlichen Cremes braucht man den Frauen aus dem Reich der Mitte gar nicht erst zu kommen. Sie stehen auf Hightech. Es wird vieles hier angeboten, was ich in China noch nie erlebt habe. Das ist völlig neu und faszinierend. Nicht alle Behandlungen sind inklusive. Beim Standardprogramm von 60.000 Euro die Woche. Vieles kostet extra. Die deutschen Kundinnen fragen zuerst nach dem Preis und die chinesischen Kundinnen, die fragen, welche Behandlung ist die beste für mich und die möchten sie haben, egal was es kostet. Nach diesem Prinzip verfahren auch Hongbock und Patenkind Cindy in Berlin. Hallo, guten Tag. Es geht heute um ein Make-up? Ja. Ja? Wir können eigentlich auch schon direkt durchgehen. Gut. Dann einmal folgen, bitte. Star-Visagist Tuskin. Hier mit Latoya Jackson hat einige Hollywoodstars als Kunden, aber auch viele Asiaten. Heute soll er die 19-jährige Cindy aufhübschen. Tuskin gehört zu den gefragtesten Beauty-Profis Europas. Das hat seinen Preis. Diese Behandlung kostet zwischen 500 und 800 Euro. Dabei ist das einfach ein ganz normales Tages-Make-up. Aber wenn die Kundinnen, die chinesischen Kundinnen wissen, dass die hier eine perfekte Leistung bekommen, dann bezahlen die dieses Geld auch. So, das wär's dann. Ja, danke schön. Bitte schön. Einmal einen Blick in den Spiegel werfen. Ja, gerne. Ja, super. Freut mich. Unsere chinesischen Kundinnen sind vorränglich sehr, sehr großzügig. Die geben bis zu 20 Prozent, 30 Prozent. Manchmal ist das die doppelte Summe von dem, was die eigentlich an Summe zahlen. In der Stretch-Limousine geht es weiter. Zum berühmtesten Kaufhaus der Hauptstadt. Hong und Cindy haben eine Verabredung in der Delikatessenabteilung des KDW. In die Austernbar kommt Hong regelmäßig. Denn edle Speisen sind fester Bestandteil ihres Lebens. Wenn ich hier jetzt zu den Feinkosten komme und den Ostern rieche, damit ich sofort essen möchte. Wahnsinn. Ja, so gut schmeckt hier. Für reiche Chinesen, weiß der Feinkost-Spezialist des Hauses, ist das Beste gerade gut genug. Das chinesische Publikum hat hohe Ansprüche und weiß ganz genau, dass sie bei uns die hochwertigsten, besten Ausland bekommen. Und wenn es extra Wünsche sind, wie zum Beispiel mehr teurer Champagner oder teurer Kaviar, auch diesen Brunsch können wir ganz einfach erfüllen. Dafür ist unsere Feinschmeckerabteilung sehr berühmt. Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Man muss ihn sich halt nur leisten können. Genial, das schmeckt so gut. Guter Geschmack, auch beim edlen Porzellan. Ah, schön. Für meinen Schreibtisch. Ja, für den Schreibtisch. Eine Vase für knapp 600 Euro. Cindys Schreibtisch dürfte sich von denen ihrer Klassenkameraden deutlich unterscheiden. Die 700 Euro, die ein Chinese pro Tag fürs Shoppen im Schnitt ausgibt, Hong und Cindy haben sie längst überschritten. Genau genommen haben sie zu diesem Zeitpunkt schon mehr als das Dreifache ausgegeben. Cindy, wie gefällt dir das bislang? Sehr gut. Ja, ich freu mich. Dieser Tag kommt mir echt Spaß. Du bist heute sehr hübsch. Danke, du aber auch. Schau mal aus dem Fenster, wie schön. Ein Leben ohne Luxus ist schwer. Kann ich mich nicht vorstellen. Ein Leben auf der Überholspur. Für Fabrikantentochter Cindy ist es Normalität. Also klar, ich erlebe so eine Luxustage wahrscheinlich schon öfter als die meisten Jugendlichen. Aber dennoch ist es für mich sehr was Schönes und ich kann es immer wieder genießen. Auf geht's zur nächsten Station. Einem feudalen Kaufhaus in Berlin-Mitte. Hier gibt es sogar persönliche chinesische Verkaufsberater. Wir haben hier 37 Nationalitäten in den Galerie Lafayette, was natürlich bedeutet, dass wir jeden Kunden möglichst in seiner Handelssprache bedienen. Und ganz klar, der chinesische Kunde wird auf Chinesisch bedient mit einem speziell ausgebildeten chinesischen Personal Shopper Team. Waren Sie schon mal hier? Ja, sehr oft sogar. Es ist wirklich schön, wieder mal die Muttersprache zu sprechen. Internationale. Ja, mit einer fremden Person. Aber man fühlt sich gleich sehr vertraut und wirklich sehr familiär. Bei einer italienischen Nobelmarke kommen die zwei Marathon-Shopperinnen noch einmal richtig in Wallung. Hong kann den extravaganten Handtaschen nicht widerstehen. Cindy widmet sich ihrer großen Leidenschaft. Designerschuhen. Schnell werden sie fündig. Chinesen ist hektiker, hat meistens weniger Zeit und sehr direkt. Geht zu Sachen. Teilweise kommen sie mit Listen aus der Verwandtschaft von Freundschaften an und dann geht es wirklich darum, zack, 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 den Kauf zu tätigen. Die Schmuckabteilung des Kaufhauses kann es mit so manchem Edeljubilier aufnehmen. Auch was die Preise angeht. Hong will ihrem Patenkind jetzt noch ein ganz besonderes Geschenk machen. Wunderbar. Was kostet die? Die kommt bei 4.105 Euro. Ist das 18 Karate Gold? Ja, mit eingesetzten Diamanten. Schön. Möchtest du es haben? Ja, sehr gerne. Ja, gut. Dann packen wir allen das. Vielen Dank. Gekauft. Herzlichen Dank. Dankeschön. Bei so vielen Tüten kann man schon mal den Überblick verlieren. Tschüss. 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 Bye-bye. Bye-bye. Ihr Budget mit dem selbstgesetzten Limit von 10.000 Euro. Hong und Cindy haben es in diesem Moment komplett gesprengt. Von der Hauptstadt zurück in die Provinz. Dort praktiziert in Bad Neuenahr die Schönheitschirurgin Peggy Wong. Die Halbchinesin hat sich wie viele andere Ärzte in Deutschland dem körperlichen Wohlbefinden ihrer Landsleute verschrieben. Ich bin selber Halbchinesin, meine Verwandtschaft kommt aus Hongkong und ich denke, dass ich dadurch auch viel Verständnis für die Bedürfnisse der Asiaten aufbringe und habe schon den Eindruck, dass mir die Patientin auch dieses Umstandes wegen zu vertrauen. Was Angel gleich bevorsteht, ist vor allem bei jungen Chinesinnen beliebt. Es ist eine besonders aufwendige Anti-Aging-Methode. Ich mache eine Faltenbehandlung mit dem Pelle-W-Gerät, das ist ein Radiofrequenzgerät, das kennt man auch unter Thermage. Damit kann ich im Grunde Falten, kleinere Fältchen wegbügeln, indem ich das Gewebe erhitze, ohne aber die Haut dabei zu verbrennen. Die 24-jährige Angel will schon jetzt gegen eventuelle Alterserscheinungen ankämpfen und sieht das als ein Investment in sich selbst. Ich möchte keine Falten in meinem Gesicht sehen. Das wäre ein Albtraum und wirklich schrecklich. Und genau deshalb mache ich das hier. Jetzt fehlt nur noch die perfekte Frisur. Was kann ich für dich tun? Ich will meine Haare schön haben. Gesagt, getan. Asiaten haben immer sehr gerade glatte Haare und lieben ist natürlich Volumen zu bekommen, was sie sonst von Natur aus nicht haben. Und das werden wir jetzt zaubern und ein Make-up gestalten für den Abend-Event. Schon als kleines Mädchen haben mich meine Eltern zu großen Partys mitgenommen und mir klargemacht, dass ich die Schönste auf dem ganzen Event zu sein habe. Wenn du nicht die Beste sein kannst, dann sei zumindest die Schönste. Ein Erziehungsprinzip, typisch für die chinesische Oberschicht. Wenn du glamourös und schön aussiehst, dann bekommst du einfach mehr Beachtung und du wirst am Ende erfolgreicher sein als alle anderen. Wie gefällt es dir? Gut. Noch einmal ein paar hundert Euro für die Schönheit. Peanuts für Millionärstochter Angel, die hochzufrieden scheint. Es ist recht günstig hier. Ich kann mir jedenfalls alles leisten, was ich will. Meine Eltern sind eben Multimillionäre und dafür brauche ich mich ja wohl nicht zu schämen. Am Kurbrunnen von Bad Neuenahr läuft inzwischen der Countdown für eine Modenschau. Die Einwohner freut's, aber wird es auch gelingen, die reichen Chinesen anzulocken? Die Einwohner sind eben nicht zu schämen, die reichen Chinesen anzulocken. Aber wird die umworbene Luxustouristin auch einen der gezeigten Pelze kaufen? Ich will jetzt in den Laden gehen und etwas anprobieren, ja. Im neu renovierten Thermalbadehaus trifft sie auf Edeldesigner Alfredo Pauli. Eine tolle Show. Angel ist schwer beeindruckt und mit ihr noch einige andere ihrer chinesischen Landsleute. Ich denke, Pink würde Ihnen gut stehen. Herr Pauli, was sagen Sie? Sensationell. Also sitzperfekt. Und ich glaube, meine Idee, gerade auf dieses neue chinesische Publikum mit schmaleren Schnitten und tollen, vor allen Dingen jungen Farben einzugehen, ist genau die richtige. Es gefällt mir wirklich gut. Ich mag den Schnitt. Die Farbe des Pelzes passt hervorragend zu meinen schwarzen Haaren und zu meiner Hautfarbe. Es gibt Pelzmäntel für bis zu 100.000 Euro. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben hier Juwelen in allerfeinster Qualität. Dieser Ring hat 6 Karat weiße Diamanten und 2 Karat schwarze Diamanten. Und das hier ist einfach ein Traum. Es passt perfekt. Mir gefallen die Farben. Sie passen perfekt zu meinem Pelzmantel. Das mag ich. Angel trägt gerade ein ganzes Vermögen am Körper. Ja, gut, die Nerzjacke für 8.000 Euro. Der Ring, wie gesagt, ist noch relativ preisbar mit 25.000 Euro. Aber dafür ist das Armband natürlich eine Kostbarkeit. Das Armband liegt bei 85.000 Euro. Es ist etwas mehr, als ich an Bargeld mitgebracht habe. Aber ich werde mit meinen Eltern reden. Und ich bin sicher, sie werden Ja sagen. Nur wenige Minuten später. Angel bittet per SMS um eine größere Überweisung. Also Angel ist für mich die klassischste Vertreterin dieser chinesischen Generation, weil reiche Eltern, diese Eltern machen ja gigantische Vermögen in China. Da träumen wir hier in Deutschland nur von. Und dass die natürlich ihre Kinder verwöhnen, in Europa Reisen finanzieren. Und wenn für 200.000, 300.000 Euro geschoppt wird, spielt das keine Rolle. Ein Anruf bei Papa und der Scheck wird bestätigt. Also das ist einfach für uns als Verkäufer natürlich ein Traum. Aber ich glaube, wir werden von diesem China-Geschäft gigantisch partizipieren. Nicht nur ich, sondern auch sehr viele Luxusläden in Deutschland. Junge Chinesinnen wie Angel. Westlich orientiert und superreich. Sie sorgen für klingelnde Kassen. Die Kinder aus dem Land des Lächelns sind auf dem besten Weg, den deutschen Luxusmarkt zu erobern. Und das ist einfach schon eine Rolle. ine invitert und superaufbereit. Okay. Kassenger